Musik Letztens wäre ich schon wieder fast totgefahren worden. Und zwar war ich mit meinem Motorrad unterwegs, mehrsprüge Straße, will Gesade überholen und mit einem Mal zieht die Frau, die ich überholen will, mit ihrem Auto raus und ich kann Gesade noch bremsen, hub wie wild. Die Frau hat mich einfach nicht gesehen. Sie hat keinen Schulterblick gemacht. Ich war so wütend, denn wegen dieser Rücksichtslosigkeit sterben Menschen. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass Menschen so rücksichtslos miteinander umgehen. Denn ich glaube, als Menschen sollten wir uns eigentlich umeinander kümmern. Ich glaube, Gott hat diese Welt geschaffen aus Liebe und er hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir seine Liebe weitergeben und miteinander teilen. Dazu gehört, zunächst mal sich wahrzunehmen, auch mit einem Schulterblick und dann zu schauen, was kann ich heute meinen Mitmenschen Gutes tun. Und das Beste, was man tun kann, ist ein Biker nicht totzufahren. WDR mediagroup Gutscheid